Hallo zusammen, hier ist wieder der Kanal und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir uns in Zulguru besorgen können und zwar wurde ja mit Patch 10.07 ein kleines Rezeptesystem hier eingefüllt oder Craft System kann man es auch nennen und dementsprechend gibt es hier auch ein neues Toy, das auch ein Teil von der ganzen Geschichte ist. Und zwar, wo kriegen wir das Toy? Wir müssen einmal erstmal runter in das Schlingdornenthal und dann haben wir dementsprechend hier den Eingang zu Zulguru auf den Koordinaten 71, 33. Die Instanz ist reworked worden in Kataklysm, früher war das ja mal ein Raid und wenn wir jetzt hier in die Instanz reinlaufen, dann haben wir hier oben bei dem Hort des Wahnsinns so eine Feuerstelle, die wir anklicken können und wenn wir die Feuerstelle anklicken, dann gibt es dementsprechend das Toy. Das Toy haben wir quasi hinten, also ihr seht, hier können wir hochlaufen, da haben wir diesen Bossraum, wenn ihr Archäologie seid, könnt ihr nämlich hier den Boss beschwören. Ich glaube 275 Archäologie braucht ihr, könnt ihr hier so Vasen und Sachen anklicken und dann den Boss quasi beschwören. Das Toy befindet sich jetzt hier hinten, wir können jetzt hier diese Kohlenpfanne anklicken und dann kriegen wir einmal das Toy. Sobald wir das Toy eingeheimst haben, können wir das lernen und ja, was macht das Ding? Wir haben hier einmal Kohlenpfanne des Wahnsinns und das macht folgendes, benutzt, stellt eine Kohlenpfanne des Wahnsinns auf, die all jenen das Kochen ermöglicht, die bereit sind, sich dem Wahnsinn zu nähern. Genau, so weit, so gut. Jetzt können wir das einmal aufstellen hier und ihr seht, wir haben so eine kleine Kohlenpfanne, wie wir die gerade gelootet haben. Ist ganz nett, wir können auch dran kochen und wir kriegen auch einen Buff hier mit Vielseitigkeit, der Wahnsinn kommt näher. Jetzt ist es, ihr seht auch, die Farbe hat sich hier ein bisschen geändert und jetzt können wir aber mit dieser Kohlenpfanne noch was ganz cooles machen und zwar können wir uns ein Mojo holen. Dann können wir mal gucken, Mojo, das müsste das hier sein, Mojo des Wahnsinns, der Goribashi und mit dem können wir nämlich noch was cooles anfangen. Das kaufen wir jetzt mal. Das Rezept dafür kann ein Aichi lernen, das ist nämlich jetzt auch wieder neu eingeführt worden und zwar kriegt man das Aichi-Rezept, wenn ihr hier hinten auf diese Tafel drückt. Ihr müsst dann klassischer Aichi 300 sein, diese Tafel einklicken, da muss man ein bisschen gucken, dass man näher rankommt, so. Und dann kann man das Rezept hier direkt lernen. Ja, mehr ist es nicht. Jetzt stellen wir mal einmal die kleine Kati auf, dass wir dem entsprechend das aus der Post rausnehmen können. So, muss ich mal gucken. Sonstige müssten das sein. Ah ne, das sind die Relikte, die ich rübergeschickt habe. Genau, da haben wir es. Und wenn wir das jetzt hier an dem Ding einsetzen, dann müssten wir einen Buff kriegen. Und dann seht ihr, den Wahnsinn erlegen haben wir jetzt. Und jetzt sind wir auch so ein Zandalari-Troll. Und jetzt müssten alle Mobs hier in der Instanz auch mit uns verbündet sein. Jetzt können wir quasi zu vier Punkten laufen. Die sind bei den jeweiligen Bossen. Da gibt es so ein Altar, mit dem wir jetzt interagieren können. Und dort können wir dem entsprechend ein paar Rezepte eintauschen. Und ja, der Altar ist jetzt zum Beispiel einer hier. Da können wir jetzt zwei silberne Schmuckstücke eintauschen, drei grüne und so weiter. Diese Schmuckstücke kriegen wir von den Bossen. Und zwar aber erst dann, wenn wir dem entsprechend eine Tiefend erledigt haben, Relikte eines vergangenen Imperiums. Da müssen wir zwei so Items in der großen Pyramide in der Mitte unten drin looten. Da habe ich aber auch schon ein Video gemacht beim Händler abgeben. Und wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr diese Relikte von den Bossen. Und die könnt ihr jetzt eintauschen gegen gewisse Sachen. Und zwar machen wir das jetzt mal. Kriegen wir so eine Kiste. Und in der Kiste können Rezepte drin sein. Oder diese Relikte. Und ja, da könnt ihr euch einen Haufen Rezepte farmen. Das werde ich jetzt dementsprechend noch ein bisschen machen. Für einen Tollguide soll es das gewesen sein. Viel mehr gibt es da tatsächlich nicht zu sagen. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.